Pfff! 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 Das ist aber da hab ich auch noch was vergessen gehabt! Ha! Schau mal einer an! Da hinten liegt auch noch was! Alter! Okay, den haben wir schon abgeschaltet! Alles klar! Dann zahlen wir mal auch noch schnell einen! Dann gehen wir zum nächsten Converter! Sooo... Converter Edan! Der müsste eigentlich auch sein meine ich! Da wollen wir doch nicht hingehen! Ja! Hier haben wir doch die Converter Tavar! Wenn wir da mal hin! Ja! 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 Ich glaub den haben wir auch schon! Pfff! 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 Und ein Loot. Vielen Dank schon mal. Von John. Tridi, habe Hunger. Machst du mir bitte. Pass damit. Hacksoße. Das wäre echt Nescapa. Wow. Dein Ernst. Dein Ernst. Okay, den haben wir auch schon abgeschaltet. Müssen wir doch eigentlich so gut wie alle haben, ne? Das sind eigentlich nur noch die Großen hier. Den haben wir glaube ich noch nicht. Da kommen wir nicht rein. Den haben wir glaube ich. Ich glaube den Vesk Sarkor, der fehlt uns noch. Aber Axo, so könnte ich tatsächlich machen. Ich habe alles dafür da. Das ist nicht das Problem. Äh, da muss ich rein. Das war's für mich. Nee, Jungs, so nett. Oh, die Firma danken für den Loot und so. Oh, die Firma danken für den Loot und so. Da liegt ein Ilexbeutel in der Wand. Warte mal. Alles klar. Ich glaube, ich weiß, wie ich da rankomme. Ich bin nicht aufgeachtet. Hoch. Nee, komm ich nicht ran. Scheiße. Keine Ahnung, wie ich an das Ding rankommen soll. Auf jeden Fall interessant. Oh, ich würde mir dann sagen, die Alps haben keine Schnitte. Fortschrittsbericht. Den gucken wir uns dann an, wenn wir hier fertig sind. So, Tür verschlossen. Oh, nee, Moment mal. Ja, da kommt alles hin. Innen und vorne hin. Okay, bis auf die 8 alle drin. Zwei auch nicht. Geht. Ja, da kommt alles hin. Ich bin da. Stoppala. Okay. Okay. Ja, klar. So, dann komm mal. So, Abzugsbefehl. Abzugsbefehl Forschungsstation A1. 23, 10 oder 55. Das ist dann wohl die Jahreszahl. Der leitende Ingenieur der Forschungsstation A1 wird in den Eisballast berufen. Es wird hier... Es wird mit dem Bau der Forschungsstation begonnen. Okay. Forschungsbericht 1. Elex-Extraktion 12, 2, 155. Die ersten Forschungslagen sind... Die erste Forschungsanlage ist fertiggestellt. Wir arbeiten nun an der Optimierung der Technik. Für weitere Experimente mehr Material benötigt. Wir benötigen auch mehr Objekte, die wir testen können. 5. 3. 155. Heute konnten wir zum ersten Mal eine 70-prozentige Elex-Ausbeute verzeichnen. Das Forschungsprojekt war nach der Extraktion nicht mehr brauchbar. Ein Wissenschaftsteam beschäftigt sich gerade mit dem übrigen 30%. 17. 3. 155. Der leitende Ingenieur benötigt einige Bauteile, um die Anlage zu optimieren. Eine Liste wird separat zugesteppt. Nach dem Test des neuen Prototyps werden neue Ergebnisse vorliegen. Okay. Hört sich nicht gut an. Hört sich nicht gut an. Wow. Zu einfach. Zu einfach ist doch da. 77 alte Münzen. Ei, ei, ei. Nee. Oder? Stopp. Na, läuft hier am Stürchen. So, läuft hier am Stürchen. So, Converter ist abgeschaltet. Keine Wachen da. So, Converter ist abgeschaltet. Oh, da ist der dreckste Bericht sogar tatsächlich. Objekt ES 23 ist vorbereitet. Ihr verdammten Scheißkerle, lass mich los! Fixiert ihn, er darf sich nicht bewegen, während wir die Maschine anschließen. Nein, tu das nicht! Initialisiere Stufe 1. Nein, bitte nicht! Oha! Da hat man nochmal gehört, was die dann so schön mit nem Versuchsobjekt veranstaltet haben. Okay. 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 So. Vielen Dank.